Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, ich bin Rena und wieder Tagesbotschaft. Wir haben Katzen-Tarot oder Black Cat-Tarot, die erste Karte und die zweite. Alles was springt raus, muss raus. So, und hier eine geblieben, das ist für alle anderen ein neuer Anfang, wartet auf dich. Chilige Wochenende, wenn wir schauen, diese Tarot kann man auch deuten als, meine Lieben, als Orakel mit Tarot. Sehr, sehr interessante Karte war jetzt gerade, mir ist eine. So, nicht so lange warten, mischen noch mal. Das sind Botschaften oder Seelenbotschaften, genau, Seelenbotschaften. So, vielleicht braucht jemand. Springt schon eine raus, dann machen wir so. So, meine Lieben, wie immer, intuitiv wähle eine Karte. So, mir ist hier ein bisschen alles durcheinander gegangen. So, erste oder die zweite und wir langen, warten nicht. Wer hat die erste Karte gewählt, meine Lieben? Sehr, sehr große, das ist Herrscher und das ist eine große, starke, männliche Energie. Jemand sagt, schöpferische Energie, ich sehe mehr schöpferische, kreative Energie bei Herrscherinnen als beim Herrscher. Aber, kann sein, dass, weil heute ist Freitag, kann sein, du musst etwas mit Behörden zu tun haben. Oder, so wie hier steht, diese Kreuz kann man, das ist ein spezieller Kreuz, ich habe es vergessen, wie er heißt. Kann sein, dass mit der Kirche zu tun etwas hat, mit irgendwelche. Ich muss sagen, wenn diese Karte als Tageskarte kommt, das heißt, irgendwie musst du hartnäckig heute bleiben. Bleib dran, bleib dabei, geh nicht aus deinem Weg, wenn du dir etwas vorgenommen hast, musst du weitergehen. Weil diese Karte sagt, vielleicht bekommst du irgendwie welche Steine in den Weg gelegt. Oder sagt man Schwierigkeiten, aber diese Karte sagt, geh weiter, komm nicht aus deinem Weg. Schütze deine Position, kräftige deine Position, deine Lage kräftige aus und verteidige dich. Ich meine, nicht so verteidigen kämpferisch, na, bleib dran und bleib dabei. Sei hartnäckig heute. Kann sein, dass jemand lernt heute kennen, so ein Herrscher. Auf deine Augenhöhe, könnte auch sein, meine Lieben. Cool. Und jetzt deine Seelenbotschaft. Seelennahrung. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre beide gesund und achtsam. Zum Beispiel mit guten Lebensmitteln und positiven Gedanken. Reinige vielleicht. Reinige vielleicht. Ja. Was tut deinem Seele gut? Tut auch deinem Körper gut und umgekehrt auch. Die zweite Karte, meine Lieben. Die zweite Karte ist der hängende Mann. Okay. Der hängende. Kann sein, egal wie du hartnäckig heute bist. Hier kommst du sowieso nicht durch. Ich sag mal so, nutze diese Situation. Ruhe dich aus. Schau, dass du irgendwie welche Fakten sammelst. Nachdenkst. Ich sag mal so, sagt man, das ist wie eine Sackgasse. In irgendwie eine Sache bist du in eine Sackgasse geraten. Kommst nicht mehr weiter. Diese Karte sagt, nutze den Moment, deinen Geist zu reinigen, deinen Körper vielleicht auch. Ruhe dich aus und denke nach. Stell dir einfach ein paar gute Fragen. Wieso bin ich hier? Was mache ich hier? Wieso bin ich geboren? Wo ist mein Weg? Und in dieser Situation, normalerweise, kriegst du die Antworten, meine Lieben. Eigentlich, so wie aussieht, Wochenende bei dir wird ruhig, nachzudenken. Lichtvolle Wege. Auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe sind dein Lohn. Ich würde sagen, meine Lieben, egal was passiert in deinem Leben. Du findest immer ein neuer Weg. Du findest immer dein Glück, wenn du dabei bleibst. Nachdenkst. Stellst dir gute Fragen. Weg zu dir selbst. Übrigens, hier kann man schon gut nachdenken, nachüberlegen, wie es weitergeht. Sehr gute. Trotzdem ist guter Tag, meine Lieben. Zwei sind großen Arcana. Und wenn ich, leider jetzt habe ich die Karte, die war jetzt Page der Münzen. Zusätzlich dazu, fange etwas vielleicht Neues an. Vielleicht diese zwei Karten geben dir einen Stoß zu etwas Neues. Etwas Neues erfahren, etwas Neues kennenlernen und etwas Neues anzufangen. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Wochenende. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa. Bitte bebon dich magst. Und um Bomben auf sich einfach weg! Dr. Lä 이번! Weihnachten!